Pia Tillmann.Aufatmen nach Autounfall.Die Sorge bei der Schwangeren Pia Tillmann war groß, als sie einen Autounfall hatte. Jetzt hat sie auf Instagram Entwarnung gegeben.Nach ihrem Autounfall und einem Krankenhausaufenthalt vor wenigen Tagen hat sich die Schwangere Pia Tillmann, 37, auf Instagram mit einer Entwarnung bei ihren Fans zurückgemeldet. Punkt sie und ihr Partner Sikuba nach, 32, seien am Freitag noch einmal beim Frauenarzt für ein zweites Screening gewesen. Alles großartig und top entwickelt, schreibt Tillmann sichtlich glücklich in einer Instagram-Story. Große Sorgen nach Autounfall.Das Paar sei jetzt wirklich sehr beruhigt nach dem Unfall, es ist alles cool. Hauptsache alles ist gut, alles ist gesund, so die werdende Mutter weiter. Die Schwangerschaft hatten die beiden Ende September öffentlich gemacht. Punkt am vergangenen Dienstagabend meldete sich die Schauspielerin dann via Instagram mit der Schocknachricht, dass es bei ihr zu einem Auffahrunfall gekommen war, jemand habe ihr die Vorfahrt genommen. Anschließend sei es in die Notaufnahme gegangen, wo Tillmann dann über Schmerzen im Unterbauch klagte. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat, erzählte sie. Jetzt kann das Paar, das derzeit in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars, bei RTL und auf RTL Plus, zu sehen ist, wieder aufatmen. Das erste gemeinsame Kindpunkt für Pia Tillmann und Siku Banach ist es das erste gemeinsame Kind, Tillmann hat bereits einen Sohn. Die beiden lernten sich am Set der Daily-Serie Köln 50667 kennen. Banach stieg nach seiner Dating-Show-Erfahrung im Frühjahr 2022 in der Rolle Carlos Janssen in die Serie ein. Damit spielte er den Ex-Liebhaber von Tillmanns Rolle Maike Weber. Im Juni 2022 machten die beiden mit einem gemeinsamen Fußballspielbesuch öffentlich, dass sie im wahren Leben ein Paar sind. Im Frühjahr erfand sich das RTL 2-Format mit neuen Darstellern neu, in diesem Rahmen verließ auch das Party-Show. Pia Tillmann und Siku Banach als Paar bei Das Sommerhaus der Stars 2023, sie lernten sich bei der Arbeit kennen. Wie die beiden gegenüber RTL verraten, haben sie sich an ihrem Arbeitsplatz bei Köln 50667 ineinander verliebt. Seit über einem Jahr sind die beiden nun ein Paar und leben mittlerweile das Leben einer Patchwork-Family. Dazu gehören neben Pia Tillmanns Sohn auch drei Hunde, die das Paar auf Trab halten. Beide sind davon überzeugt, dass sie als Team wunderbar harmonieren. Einziges Manko ist die Kommunikation, die oftmals zu Missverständnissen führt. Beide freuen sich bei Das Sommerhaus der Stars besonders auf eine Kandidatin, nämlich Claudia Obert. Im Videointerview sagt Pia Tillmann sie habe zwar voll einen am Helm, sie ist sich aber ziemlich sicher, dass man mit Claudia Obert eine Menge Spaß haben kann. Ähnlich sieht es auch Siku Banach. Ähnlich sieht es auch Siku Banach. Wie die beiden noch nicht warst, ist das eine Knie mit der Türen hier cruise. So wie ein Knie mit der Türen hier zu sehen? wie die in der Knie mit der Türen sehen ist, wird sie auch im Gesicht. Untertitelung des ZDF, 2020